Moin moin und hallo meine lieben Freunde, was geht ab? Burito of Doom hier. Wir sind heute hier wieder nach einer etwas längeren Zeit mit einer Replay-Analyse, aber nicht irgendeine Analyse, sondern eine Community-Analyse. Wenn auch du eine gratis Replay-Analyse gewinnen willst, dann join doch unserem Discord. Hier haben wir viele coole Channels, vor allem bei der Coach & Giveaway-Channel. Diese Analyse geht an Ice Dragon Senpai, der als erstes auf den Aufruf geantwortet hat. Und wir beobachten heute also die Oriana. Ice Dragon befindet sich zurzeit, soweit ich mich recht entsinne, in Silver Elo und hat geschrieben in seinen Post, dass er Probleme mit dem Roaming beispielsweise hat und seine Wave-Control nicht so gut sei. Das wollen wir uns heute angucken in dem Match-Up gegen Katharina. Wenn du dieses Video siehst, bin ich gerade höchstwahrscheinlich live auf Twitch, außer du guckst es 1, 2, 3 Tage später, dann könnte es sein, dass du Glück hast, aber wenn du auch eine Analyse haben willst, dann join doch bei twitch.tv slash playersub, einfach dem Stream oder alternativ, gönn dir ein richtiges Coaching auf unserer neuen Website, auch sehr gut betitelt unter neu.playersub.de, dann gehst du auf Coaching, suchst dir einen Termin raus, suchst dir einen Coach raus, suchst Burrito, mach's weiter, gönnst dir einen Termin, gibst deine Daten ein und fertig ist die Sache. Aufgrund der Tatsache, dass die Website neu und frisch und aktuell ist, geben wir auf jedes Coaching, was wir anbieten, egal von wem und egal wie lange es geht, egal ob es Solo- oder Teamcoaching ist, 20% Rabatt. Das heißt, solltest du dich aktiv verbessern wollen, wäre jetzt der optimale Zeitpunkt dafür, um dir ein Coaching zu gönnen. So viel aber, oh, das ist ja ein sehr schön aussehender junger Mann, ne? So viel aber der Worte vorm Video, lasst uns doch direkt starten im Oriana gegen Katharina-Match-Up. Das Oriana gegen Katharina-Match-Up ist tendenziell, es kann für viele Spieler sehr schwierig sein, weil sie vielleicht nicht viel Erfahrung gegen Katharina haben. Andererseits empfinde ich das Katharina-Match-Up als eins der einfacheren Match-Ups, weil sie, also weil Katharina sehr vorhersehbar ist. Sie wirft ihren Decker und dann weißt du, wo sie hin will. Sie wirft ihre Weh, dann weißt du, dass sie auf dich springen will und dann wieder zurückspringen will beispielsweise. Ähm, oh, Jinx hat gehealt, okay, das hab ich gar nicht gesehen, zum Glück wird's gepinkt. Ach nein, nevermind, das wurde vom eigenen Team gepinkt. Den Chat machen wir aber auch mal kurz hier runter und raus. Ähm, du möchtest, dass Oriana-Katharina eigentlich möglichst klein halten und unter ihren Turrets setzen, damit diese Schwierigkeit beim Last-Hitten hat und damit du sie entweder poken und pressuren kannst oder aber alternativ, damit du die Early-Turret-Plating holen kannst. Wir dürfen nicht vergessen, dass zu diesem Patch, äh, dass zu diesem Patch die Turret-Platings gebufft wurden. Das heißt, sie geben 40 extra Gold. Ein gesamter Turret gibt dir bis zu 800 Bonus-Gold, sollst du alle 5 Platings nehmen können. So, die Längen-Phase fängt jetzt an und wir fangen dann, wie gesagt, mit der Analyse an. Vom Master Yi braucht er auch nicht viel Angst zu haben, da Master Yi eigentlich ein sehr farm-heavy Jungler ist. Ähm, mach mir Time-Controls aus. Und er deswegen relativ viel Freiheit hat. Hier schon mal ein sehr großer Fehler. Du verpasst zwei Minions der ersten Wave. Komplett sinnlos, weil, ähm, du weder gepressured wirst oder sonstiges. Das Problem ist, dass diese Minions alle relativ zeitgleich runterdroppen. Um das zu entgehen, gibt's eine Strategie, äh, um Minions aufzuweichen. Das Minion Autotexte zweimal, das Autotexte, äh, das hier einmal, sorry, das zweimal und das hier nullmal. Dadurch wird das hier als erstes sterben, danach das und danach das und so kannst du schön gescheit in Ruhe deine Minions Last-Hitten. Das ist eine sehr grundlegende Push-Strategie, um halt nicht in so eine Situation zu kommen, wo mehrere Minions ähnlich viel oder ähnlich wenig HP haben und du diese dann halt misst. Okay, er hat Ice Dragon, du hast 5 von 6 Minions ohne einen Lane-Gegner gemisst. Das allererste, was du machst, ist, dass du dich ins Practice-Tool setzt und Last-Hitten übst. Du hast jetzt gerade schon, nur durch die erste Wave, nur durch die ersten 5 Minions, umgerechnet 80, 90, vielleicht sogar 100 Gold verloren. Das ist halt fatal, ne? 85 Gold, so, ich wollte das nochmal kurz im Kopf nachrechnen. Und auch hier, du hast jetzt XP-Vorteil, du hast Minion-Vorteil, du kannst jetzt in die aggressive Pocket setzen. Äh, eine Pocket beschreibt dabei eine Zone auf der Lane oder auf dem Spielfeld. Es gibt Aggressive Pockets, die sind meistens so zentral auf der Line of Skirmish bei all den Melee Minions. Es gibt Defensive Pockets, die sind meistens so hier. Und dann gibt's halt, äh, noch andere Pockets, die sind zum Beispiel dann hier, hier, hier oder hier. Der einfache Teil war, wenn wir das Pocket Nummer 1 betiteln. Oh, Moment, wir wollen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 betiteln. Ich muss nochmal kurz meine Aufnahme checken, nicht, dass ich das jetzt umsonst aufnehme. Perfekt, sie läuft ganz gut. Wenn du dich jetzt hier in Pocket Nummer 2 oder 3 begibst, wird Katharina forciert sein, entweder dahin oder dahin zu gehen. Wodurch du sie nicht nur vielleicht von X, äh, CS raus sollst, sondern, wenn du Glück hast, sogar von XP. Und du wirst in der Lage sein, Katharina somit, ähm, viel, viel, viel stärker zu punishen. Du begibst, äh, du begibst dich in Pocket 1, was schon mal aggressiv ist, was ganz gut ist. Aber du möchtest Katharina nicht parallel gegenüberlaufen auf der Lane. Du möchtest ihr gegenüberstehen, weil du die Range Advantage hast zu jeder Zeit. Und dadurch, dass sie so spät auf die Länge gekommen ist, hast du obendrauf sogar noch, ähm, weitaus, weitaus mehr Pressure. So. Hm, soweit ganz gut. Jetzt wird ein bisschen getradet. Schön Auto-Attacks geben. Vor allem mit Arie, sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Pokes. Katharina geht auf dich, das ist ein Level-Nachteil. Inted, Turbo auf dich rein. Guter Flash. Gerade noch so den Kill bekommen. Jetzt kannst du die Wave hier noch schaffen. Okay. Katharina ist 10 CS down. Du kommst mit einem M-Tone wieder. Dieser TP hier war sehr gefährlich, wenn man im Back geht und dann auf die Lane TP't. Weil wir nicht wissen, wo sich Master Yi befindet. Also, punktgenau. Ähm. Hätte es sein können, dass Master Yi gerade zum Beispiel auf der Top-Seite ist und dann hier einfach auf dich runter rennt. Oder, äh, auf der anderen Seite halt ist und dich dann von dort runter rennt. Um das zu entgehen, wirst du dich eigentlich immer auf den Tower teleporten. Außer, du weißt 100% wo ihr gegnerische Jungler ist. Die Katharina ist ja gut, gut am Reinenden. Das ist auf jeden Fall sehr schön für uns. Hat dich gefeiert, obwohl sie 2 Level down war. Und, oh jetzt bist du gestorben. Das habe ich gar nicht gesehen. Warum? So, beide haben keinen Flash. Katharina hat aber noch ihr Ignite. Ah, da tankst du einen Turreted. Dass du hier deinen Shield nicht zündest, ist halt auch sehr, sehr wichtig. Du hättest dadurch halt 80 Damage negieren können. Was eine Menge HP ist. Dann, wirst du engaged. Du wirst Auto-Attacked. Und, hättest du hier deine 80 HP vom Turreted Shot bekommen oder nicht verloren gehabt, hättest du sie hier wahrscheinlich töten können sogar. Dass du hier stirbst, ist ein Fehler von dir und nicht gut gespielt von der Katharina. Andererseits muss man natürlich sagen, dass Katharina deinen Fehler gut abused hat und gut drum herum gespielt hat. Jetzt hast du Angst vor ihr und spielst sehr defensiv. Was... Bei uns wird gerade gehupt. Ich hoffe, das hört ihr nicht in der Aufnahme. Ähm. War... So, jetzt habe ich meinen Gedankenstrang verloren. Du spielst defensiv und, ähm, hast Angst. Was aber keinen Sinn ergibt, da du rein step-technisch und level-technisch immer noch ahead bist. Okay. Ich weiß leider echt nicht, was bei mir draußen los ist. Und ich weiß auch nicht, ob man es in der Aufnahme hört oder nicht. Deswegen mach Sicherheitseil einfach das Fenster zu. Sorry für die kurze Unterbrechung. Und es geht weiter. So. Was du jetzt machen willst, ist das genaue Gegenteil von dem. Katharinas Minion Wave war gerade gigantisch. Sie hätte in dich zurückgepusht. Hättest du die Wave pushen lassen in dich und die Wave ungefähr hier gefreezt oder zumindest versucht zu halten, hättest du von hier aus spielen können. Deinen Ball hättest du dann dorthin bewegen können. Oder noch viel besser wäre es, wenn du dann von hier aus gespielt hättest, deinen Ball dorthin bewegt hättest und so hättest du diese Zone abgedeckt vom Zoning her und dein Ball hätte diese Zone abgedeckt vom Zoning her. Das heißt, realistisch gesehen wäre Katharina eigentlich immer, wenn sie für CS gegangen wäre, auch mit ihrer Q in, ähm, eine gefährdete Zone gegangen. Du pushst die Wave aber gegen, weil gegenpushen vermutlich das Einfachste ist, was man machen kann. Den Ball hast du nicht sehr gut kontrolliert, aber gute Ult. Jetzt die W hinterher. Mit der Q Auto Attack ist sie dann tot. Nice. Und auch das, auch wenn Katharina hier jetzt vielleicht gerade einen Fehler gemacht hat oder wenn, auch wenn du gerade einen Kill bekommen hast, hast du das nicht wirklich richtig gespielt. Katharina hat das nur turbofalsch gespielt, ne? Und man muss stark unterscheiden zwischen, okay, war ich jetzt gut oder war der Gegner bad? Denn es sind immer mal wieder Gegner sehr schlecht, aber man kann nicht darauf bauen, dass der Gegner immer schlechter ist als einer selber. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man sein eigenes Spiellevel erhöht und nicht so Sachen sagt wie zum Beispiel, oh, okay, das Play hat doch geklappt oder, äh, lief doch alles gut oder was auch immer. So, Katharina ist jetzt Botlane roam gegangen. Ich weiß nicht, ich glaub, sie hat einen Kill auf Lux bekommen. Du kriegst auch viel Plating und jetzt kannst du sie hier ganz einfach pressern. Du kannst, weil sie ihre Q hat, genau, einfach schön aggressiv spielen. Das war ein bisschen sehr, äh, optimistisch gewählt von dir. Nichtsdestotrotz hast du sie aus der Lane geforst. Und jetzt sollst du eigentlich gucken, dass du runterroamst. Denn Warwick ist auf der Botseite, wird von Senna angegangen. Du hast die Pushpressure. Katharina kann nicht folgen, falls irgendwas passiert. Und Warwick braucht hier definitiv Hilfe. Der Call von Warwick, dort für den Drake zu gehen, ist sowieso schon nicht gut. Ähm, aber wärst du hier gewesen, hättest du vielleicht einen Unterschied bewirken können. Vielleicht auch nicht. Nichtsdestotrotz wäre es das bessere Teamplay gewesen. So, du weißt, dass Botseite jetzt von dir angegangen wird. Und hast eine Blasting-Gonkosche und fast ein Loons Echo, das ist sehr gut. Du hast einen gigantischen Power-Spike. Versuch, wenn du als Oriana spielst, egal gegen welches Matchup, deinen Ball eigentlich nie auf dir selbst zu halten. Wenn du hier für einen Turret-Push gehst oder hier für einen Turret-Trade, versuch den Ball direkt nach dort oben zu bewegen, um eine Zone um den Ball herum zu kreieren, die nicht angegangen werden will vom Gegner. Vor allem, da die Q einen immens geringen Kudamm von 2,5 Sekunden hat, könntest du einfach dadurch, dass du den Ball dorthin stellst und dich selber dorthin stellst, wieder, wie eben besprochen, eine potenzielle Gefahrenzone von dem hier kreieren. Wodurch, dass wenn immer Katharina entweder da oder da oder da oder sonst wo ist, sie entweder geauto-attackt wird oder gecu-w-t wird oder sonstiges. Dadurch, dass den Ball so oft und so lange auf dir lässt, musst du viel, viel schneller reagieren, um sie gepokt zu bekommen, was nicht immer möglich ist. Und das ist in jedem Matchup möglich, nicht nur im Katharina-Matchup. Okay, du brauchst den Recoil, nein, Greedie bitte nicht für diese Wave. Du hast Teleport, es gibt keinen einzigen Grund, warum du jetzt für diese Wave greenen sollst, wenn du jetzt stirbst, hast du das komplett verdient, ja. Sehr gut von der Katharina, dich gepanigt an der Stelle. Du hast Teleport-Vorteil, du hast, ähm, Recoil-Vorteil, aber du hast ihn nicht benutzt und deswegen hast du halt deinen wohlverdienten Tod bekommen. Dann Laneswaps auf die Toplan gegen Set, was ich nicht ganz verstehe. Ich glaube, der Toplaner ist ein Premade, ähm, weil ich keinen Ping oder sowas gesehen habe. Nichtsdestotrotz denke ich, dass dieser Laneswap eher schlecht als recht für dich ist. Ähm, obwohl, ja, kommt drauf an, wie du ihn spielst. Du kannst Set auch super gut aus der Lane bullien und Lane pressern, aber du spielst jetzt selber auf einer Long Lane, was bedeutet, dass die Lane halt länger ist, und kannst deswegen einfach gegankt und auch gechased werden. Wenn Set einmal auf dir drauf ist, bist du höchstwahrscheinlich tot. Also musst du immens drauf aufpassen. Hier benutzt du dein Ball schon viel besser als Zone-Control, das ist sehr gut. Das machst du gut. Oh, da gab es gerade eine Menge Kills auf der Bot-Seite, wo du hättest sein können, wo du auch dich hättest hin-TP'n können. Moment. Da habe ich jetzt nicht ganz drauf geachtet. Ja, du hättest hier definitiv hin-TP'n sollen. Oh boy. Das war, das war ja Turbo-schwierig. Hätte ich dort hin-TP'n, hättest du wahrscheinlich die Jinx getötet, hättest ihr das Gold verwehrt, aber hättest selber natürlich noch umso mehr Gold bekommen. Dass du hier ultest, so kurz bevor du Level 11 erreichst, ist halt auch schwierig, weil du nicht nur den zusätzlichen Damage, sondern auch die zusätzliche CDR damit negierst, die du gehabt hättest, theoretisch gesehen. So, du hast jetzt Ludens fertig, du baust die jetzt im Finish-Kodex, gehst wahrscheinlich auf Sonyas und bist jetzt tot, weil du ohne Vision und ohne Protection einfach geschafft hast wieder, um das nochmal kurz hervorzuheben. Der Teleport an sich fand ich auch nicht gut, weil die Wave in dich zurückschafft, was du daran erkennst, dass die Minions des Gegners näher bei seiner Seite sind, weil wenn das die neutrale Zone ist, siehst du ja, dass die Minions auf der Seite der Gegner sind. Deswegen wird seine Verstärkungs-Wave viel früher ankommen bei dir, weswegen diese Wave halt in dich zurückpushen wird. Das heißt, wärst du einfach hochgelaufen, hättest du vermutlich nicht mal so viel verloren. Vielleicht eine halbe Wave oder sonst was, aber das wär's. Dann hast du nicht eine Pink-Wat gekauft, du hast mehr als genug Gold dafür und du hast immer noch deine Trinket-Wat im Inventar, das heißt, du hättest hier Pinken dort worden können und wär's viel besser protected gewesen. War's schlichtweg zu greedy. Mit deinem TP und halt auch mit dem Push. Stopwatch, das wird ein Sonjas. Okay, schöner Poke. Oh, du hast dich fast gilt. Oh, das ist schwierig. Die jetzt mit einem Flash QW bekommen, dass du jetzt hinterher Flashs, ist halt okay, aber du bist viel tiefer in der gegnerischen Zone, als du hättest sein müssen. Okay. Ist halt wieder das selbe Problem wie immer auf der Top-Lane. Es ist halt tatsächlich erstaunlich, dass viele Spieler eine Problemquelle oder einen Hauptpunkt haben, der ihnen nicht liegt oder den sie nur schwer spielen können oder kontrollieren können und dann daraufhin gehend sehr vieles falsch machen. Wie beispielsweise bei dir die Wave-Control. Ich hab hier jetzt an mehreren Stellen herausgearbeitet, wie du die Wave hättest besser spielen können, wo du dich nicht hättest teleportieren müssen oder sonstiges. Der Greed, der TP zum Beispiel, der natürlich auch mit der Wave-Control eingeht oder auch dein Warding. Aber meine lieben Freunde, ich denke, hier ist ein sehr guter Cut, um ihn zu setzen, da diese Analyse ja hauptsächlich auf die Wave-Control und Roaming und Split-Pushing und so angegangen werden sollte und ich denke, wir diese Punkte ganz gut abgearbeitet haben. Wie gesagt, solltest du auch eine gratis Replay-Analyse haben wollen, geh auf den Discord-Link oder komm auf meinen Stream. Dort kannst du dir auch eine Replay-Analyse kaufen. Das ist gar kein Problem. Und was natürlich viel wichtiger ist, 20% Rabatt auf Coachings, Leute. Gönnt euch, solange der Braten noch heiß und fertig ist. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen lernen. Ice Dragon Summer, ich hoffe, du konntest einige mehr Sachen lernen noch und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und reingehauen. Bye, bye. Bis dann.